AZB Ausgangszustandsbericht oder Bericht über den Ausgangszustand, egal wie man ihn nennt, heute möchte ich mich in meinem 3 Minuten Umweltrechtsvideo mit diesem Instrument des europäischen Industrie-Emissionsrechts befassen. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist David Suchanek von der Kanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Wie schon erwähnt, möchte ich mich heute mit dem, kurz gesagt, AZB befassen. Der AZB entstand ja dem europäischen Industrie-Emissionsrecht und wurde in zahlreichen nationalen Gesetzen umgesetzt. Wichtig für die Praxis sind einige Dinge, auf die ich nun näher eingehen möchte. Hier ist zunächst einmal zu betonen, dass der AZB nur dann verpflichtend vorzulegen ist, wenn es sich um eine IPPC-Anlage handelt. Um eine IPPC-Anlage handelt es sich, wenn bestimmte Tätigkeiten, die eben in der Industrie-Emissionsrechtlinie definiert sind, ausgeführt werden. Eine weitere Frage ist die der Null-Variante. Brauche ich einen AZB, wenn ich durch technische Maßnahmen sichergestellt habe, dass keine Verschmutzung des Bodens und Grundwassers erfolgen kann? Diese Frage wird nach meinem Wissenstand in Deutschland bejaht, in Österreich aber verneint. Hier sagt man, man braucht jedenfalls einen AZB. Eine Betondecke mit vier Metern kann da auch nicht helfen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Vorliegen bzw. Vorhandensein oder Freisetzen von gefährlichen Stoffen in relevanter Menge. Was das ist genau, ergibt sich aus dem Chemikalienrecht, kann man aber auch dem österreichischen Leitfaden zum Ausgangszustandsbericht, der auf Bundesebene ja veröffentlicht wurde, entnehmen. Und damit komme ich auch schon zum Schluss bzw. zur Schließung einer Anlage. Wenn nun eine Anlage, für die ein AZB vorliegt, wieder geschlossen wird, dann hat man zu prüfen, wie hat sich der Zustand verändert. Stellt man nun fest, dass eine erhebliche Verschmutzung des Bodens oder Grundwassers vorliegt, dann trifft ein Betreiber eine aus dem Industrie-Emissionsrecht genuin erfließende Rückführungsverpflichtung. Das heißt, ich muss den früheren Zustand wieder herstellen. Möglicherweise, das kann natürlich sein, stellt die Behörde aber fest, dass die Verschmutzung insgesamt so stark ist, dass beispielsweise auch eine Altlast vorliegt. Das kann sein. Dann greifen aber die Verpflichtungen in Österreich beispielsweise aus dem Altlastensanierungsgesetz, welche viel umfangreicher sein können als die Rückführungsverpflichtung aufgrund des AZB. Musik 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 Vielen Dank.